So ein E-Star Aua Stirb Erschwinde, du hast mir wehgetan Dir hat erst einen viel zu guten Spezialwert Heile dich auch noch, das wird dich auch nicht mehr retten Seit wann ist Lunatic ein Angriff? Das kann jetzt überraschen Na egal, tot Und Level Up Komachi Ja, Araneron, du bist zu angeschlagen, das Betrugen erledigen Go, Ruvan Okay Hallo und Energy Light Okay Misty wird ein bisschen härter als gedacht Vor allem, weil sie verfickt nochmal 5 Monikas haben Komm schon Ruvan Ja, Ruvan Hau dich doch nicht selbst Komm schon Ruvan Ruvan, du bist blöd Du bist blöd Ja, damit ist Ruvan tot Und unsere Chancen sinken rapide Denn wir haben nichts mehr, was gegen Wasser hilft Denk ich mal, ja Wenn nichts mehr hilft, wisst ihr ja, was wir machen Brodude to the rescue Brodude to the rescue Komm schon Brodude, du bist Experte im Verwirren Dann wirst du doch nicht auf deine eigenen Tricks reinfallen Komm Brodude fällt nicht auf seine eigenen Tricks rein Oh, bist du blöd Tüht, dass ich mir auch noch weh Und das ist auch das Haha Sag mir, wir würden auch springen, mich verarschen Jetzt zauern wir auch noch die Crits raus Ich wette, der ist nicht mal so ein schwerer Gegner Aber ich hab scheiße Pesch mit der Verwirrung gerade Komm, triff Ja, tot Das war's Wir haben tatsächlich gegen Misty verloren, weil Ja Verwirrung doof ist Ja, Tenchi und Wasser Ich denke, das lassen wir mal Purple to the rescue, oder wie Ich mein Set Tenchi hat er auch schon mal besiegt Na Schmerz Großer Schmerz Posttod Nein, das war's Auch Ripped Tenchi Tenchi, ja genau, Tenchi Es ist Purple Da Ja, Purple Risen Purple Tod So Ah Kaum schicken wir den Rest noch schnell in den Tod Da ist eh nicht mehr viel zu machen Jetzt sagt mir nicht, Waffel schafft es noch das Vieh zu töten Wollte schon sagen Wollte schon sagen Ich muss nicht leveln, Bro Dude, ich hatte gerade mega Pesch mit der Konfusion Ja, bringt eh nichts mehr, tschüss Gut Gut, ich denke wir werden dann dieses Mal anders rangehen, wir werden mit ähm Sunair anfangen, weil die noch ein bisschen mehr Angriff hat und dann sollte das auch klappen hoffe ich Vor allem ähm, habe ich eine Bäre gegen Verwirrung, die wäre mega praktisch Nein, habe ich nicht, schade Okay, Misty, jetzt gibt's auf die Fresse Also, dass du mit solchen Tricks ankommst, jetzt gibt's auf die Fresse Jetzt gibt's Prügel, meine Dame Dann zeig doch mal Okay, Energy Light Vor allem ihre Bonnierkasten sind so scheiße schnell Die Spezialverteidigung von E-Star ist nicht mehr menschlich Ich gebe dir vollkommen recht, Bro Dude Ich gebe dir vollkommen recht Arraneron war doch die bessere Wahl für den Anfang, wow Aber hey, sie hat eine Hyper Potion verbraucht Komm schon, gib mir einen Crit Gib mir einen verfickten Crit Ich hätte Arraneron vorne lassen sollen Ich hätte Arraneron vorne lassen sollen Stimmt, ihre Spezialverteidigung ist gesorgt, natürlich mache ich mehr Damage Gut, nochmal, dann sollte sie weg sein, aber ich bin auch so gut wie weg, das ist doof So, tschüss, E-Star Lollab Lollab So, tschüss, E-Star Rufen behalte ich mir dann doch noch ihren Hotel brauchen wir noch später Und jetzt bitte Arraneron, du schaffst das Komm, das kriegst du hin Das kriegst du hin Du musst nur einen Thunderbolt reinschauen Wenn sie keine gute Spezialverteilung hat, sollte ein Thunderbolt reichen, um sie zu töten Du musst nur angreifen Komm Du musst nur angreifen, das ist alles Yes Warum haben die alle so Sie ist paralysiert Yes Okay, nochmal Thunderbolt und sie sollte tot sein Ich könnte mich aber jetzt auch selbst angehalten, das wäre Du bist super Arraneron So, und damit die Verwirrung verschwindet, werden wir wieder zu Sunay wechseln Oh, wir haben auch Sunay als Gegner Pflanzen gegen Pflanze, hä? Ich muss eure Arraneron draußen lassen, scheiße Ah, ja gut, Thunderbolt Sunay kann Icebeam lernen Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein Ernst? Ja gut, natürlich verlässt mich jetzt auch mein Glück Und sie wird mich töten Ach du Scheiße Gut, aber Brodyd sollte ja eigentlich gute Karten haben Wenn sie jetzt nicht nochmal mit einem Spukball ankommt, sollte Brodyd das schaffen Oh ne Komm, Spukball Ich bin sogar schneller Und noch nicht genug Schaden Aber das sollte klappen Okay, die Verwirrung in dieser Arena ist katastrophal Nervig Und er kann Recover, also Kann so eng werden wie will Jetzt suchen wir mal das hier Okay, das ist keine gute Idee gewesen Aua 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 Gut, Recover Ich lass mich nicht von dir töten So, ja komm, mein Waterpulsen, bitte verwirr mich diesmal nicht so hoch die Wahrscheinlichkeiten hätte So, Schattenball Yes Äh, wir sind auch Sunny los Gut gemacht, Brodyd Suwako Keine Ahnung Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung Ich lass einfach mal Brodyd draußen, komm Wird schon nicht falsch sein Das Ding sieht psychomäßig aus Das war eine ganz schlechte Idee Okay, ich bin schneller Und hab die Hälfte weg Ich sollte mich eigentlich heilen, aber ich hab Angst, dass er dann in Crit landet Ich riskier's einfach mal Yes Crit Gut gemacht Gut gemacht Noch eins Wir müssen noch eins besiegen, dann haben wir's Kizume, komm bleib einfach draußen Das kriegst du hin Ei, ei, ei Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Warte mal, war das nicht dieses Feuer-Wasser-Vieh? Ist das die Form, wenn es aus dem Eimer schlüpft? Au Au Ei, ei, ei Ah, versuchen wir's Bitte sei einfach schneller Und sei Ich hätte mich scheiße Ich hätte Recover einsetzen sollen Ja, es ist das Flammen-Wasser-Vieh Jetzt habe ich ein scheiß Problem Tenchi, bitte sei Ach, Tenchi ist langsam Was ist das Problem? Ah Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Die Setz, äh, Formen Taktik Also Bye, bye Fluchtwert steigern Bisschen ins Endliche Und es fängt schon an zu wirken Bye, bye Gut, dass so ein Treffer noch kommt, ist wahrscheinlich Aber einfach nur nicht töten Bitte einfach nur nicht töten Das war auch noch ein Crit Mensch Mensch, Spiel Mach das mir hier noch ein Crit Komm schon, das muss jetzt einfach nur daneben gehen, dann kann ich Purple wieder komplett teilen Gute Sache Purple Purple, du bist wirklich die letzte Hoffnung jetzt Denn Ruven kann nichts ausrichten Und Buffle ist instant tot bei dem Flamethrower Ja Wer, das ist jetzt ein Crit Gut, einen Angriff sollte ich noch überleben, also Double Team Viel Pech muss man haben Aber mit normalen Potions kann ich mich nicht heilen, das wird nicht viel bringen, also Ich späte, dass jetzt nichts mehr trifft Ernsthaft, Spiel Ich habe einen vierfach gesteigerten Fluchtwert gehabt Vierfach Oh Gott Buffles Buffles Hau einfach mit einem Risiko-Tackle drauf Komm, töten Bitte Das ist ja mal super Ciao, Buffles Okay, er hat einen Flamethrower überlebt Buffles ist ein Mega-Muniker geworden Muss man ihm lasten Gut Ciao, Buffles Gut, ciao, Buffles Krapier 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 Ich lebe Tenchi Tenchi for the win Tenchi Ja Tenchi Krapier Knapper geht's nicht Krapier 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 U-